Von Anfang an Tonangebend sein und das ist ihnen auch gelungen. Ganz alleine macht er das, schnappt sich den Ball und gibt ihn erst wieder her, als es aus Sicht der Abwehr zu spät ist. Herrliches Tor. Hier nochmal dieser Treffer. Grunzhoff heute auch am Spielfeldrand, seine Mannschaft macht das hier bislang richtig gut, das ist die Führung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.